Das ist was Schnelles unterwegs. Wie was Schnelles? What the... So. Er hat uns zäh gemacht und selbst getroffen? Ja. Ich bin mein Glückwunsch, Daniel. Die Eliminierung des Käpt'ns unter der Kirche muss den Rest der Gefallenen hervorgelockt haben. Es kommen immer mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass das Signal stark ist. Ja. Erreiche eine freie Position. Wir haben den zweiten Knoten. Wo? Da. Okay, alles klar. Ich muss da rüber. Hier durch, wo die anderen beiden Spiele auch sind. Ja. Die werden wahrscheinlich dieselbe Mission haben. Wahrscheinlich. Spielt da echt die Hauptmission oder spielt die Farbe? Die kleine Mission, die Orangen. Ähm. Jetzt ist die Orangen. Ruf der Heimat. Früher war es so friedlich hier. Boah, dann erkennt man die Hauptmission. Die sind rot. Ja. Achso. Man, mir hat der Filmroi nochmal geschrieben. Ein Trupp besteht immer aus drei Leuten. Egal welcher Planet es ist. Solange es weder ein PvP noch ein Raid ist. Die Spieleanzahl ist dabei durch die Charakterklassen bestimmt. Wie ja, die Tarn Warlock, welche den Original-Einsatzdruck bilden. Ich glaube ich nicht, dass die Steine ein Gefängnis waren. Weißt du, können nur dann... Ich sage nur, dass die Farm keine Mauern hat. Man kann kommen und gehen, wann man will. Also sagen wir, dass alle die Fähigkeiten sind. Bei mir unten. Ich bin nur runtergelaufen. Ich dachte, du wirst die Treppe da hochgelaufen. Wo ist es dunkel? Na, Abend. Well, die Abenddämmerung. Wo bist du? Oh, schön. Bist du da oben? Seh dich ganz genau. Was? Nein, ich bin... Ja, genau. Vorsicht, Kaninchen! Wasst du mir, wenn ich die mit 100 rumballere? Ich habe das verstärkte Signal empfangen. Und... Was muss ich jetzt machen? Oh, da drinnen ist irgendwas. Ich bin mir sicher, dass wir eine Todeszone-Scan. Was, wie heißt die Mission? Todeszone. Muss ich das da um den gleich rein? Äh... Ach, die können wir auch noch machen. Ich glaube, ich... Hab's erwischt. Dreck auch. So, wo ist die Nix? Die ist irgendwo hier. Kommen wir da in den Bus? Äh... Störgranate. Stör... Huch! Bin leer geschossen. Ich guck gerade mal, wo die Nächste denn ist. Ich guck gerade mal, wo die Nächste denn ist. Siehst du irgendwo eine Anzeige? Ich habe eine müssen. Nee, ich habe einen gefunden. Aber wir müssen so suchen. Augeaufenthalten. Aber jetzt ist... Das ist ja eklig. Habe ich. Ich habe ein klares Signal. Keine Rückkopplung mehr. Hier ist doch toller Empfang. Ausgezeichnete Arbeit. Es ist schön, dass uns normalen Leuten mal ein Hüter helfen. Aber eine Sache wäre dann auch... Was ist denn... Habe ich diese Koordinaten richtig verschickt? Ich weiß nicht, wo wir denn müssen. Ich weiß nicht, wo wir denn anhanden sind. Das ist der Ort. Ich habe dort etwas zurückgelassen. Was? Ja. Wenn wir auf den Planeten wollen, müssen wir sie da... Mission! Wir müssen nochmal zu denen bleiben. Ja, in erster Linie rennen erst mal drei Viecher rum. Du bist... Wo? Auf der Map siehst du meinen Pfeil. Was ist denn... Brot bei dir? Ja, da bist du. Okay, alles klar. Ich komme weiter, ja. Okay. Jupp. Ich habe momentan nur noch zwei... Zwei wirklich zwei Pistolen. Die schießen beide so langsam wie eine Magnum. Das ist ein bisschen schwierig. Ach so, ja, ja. Die Magnum ist eine tolle Waffe. Die kann richtig... Also in PvP erinnere ich mich, war die in Destiny 1 richtig stark gewesen. Die hat richtig Wumms gehabt, die Pistole. Ja, aber ich habe zwei davon, dass das Problem war. Ach so. Also hier abends. Wenn du gut triffst, sind die ja in Ordnung. So, aber... Hm. Wah! Er hat noch mich geschossen. Irgendjemand hat mit irgendeiner Scheiße auf mich geschossen. Ich war es nicht. Ich würde dich nie machen. Ich nicht. Du hast links oben Radar-Richtschungsgeber. Du musst dich ständig tammeln. Ach so, ah. Der ist ja so dezent. Ja, der ist ganz dezent, das stimmt. Der ist ja mal wirklich dezent. Weißt du, ich spiele auch Alex. Da dringt sich das Ding so förmlich auf. Ach so. Vorräte für die Farm? Für die Stadt. Aber als ihr angegriffen wurdet, habe ich alles fallen lassen und bin über den Ozean geflohen. Die Grafik ist Wahnsinn, ne? Ja, ist super. Die Stadt braucht sie sicher nicht mehr. Aber wir könnten den Kram in der Farm haben. Ach so, wenn du die Himmel anguckst und so weiter. Diese ganzen Himmelsdetails. Das ist irre. Ja. Wahnsinnig schön. Das ist ein Lass-Hil-Fähigkeit, dass du da so leuchtend an der Decke schwebst. Ja, ich habe mein Hüterdinges da aufgemacht. Ich fahre, steh's nicht. Ja, komm her, ich weiß, wo wir sitzen. Okay, vergesst die Vorrede. Ich kümmert euch mit dem Reden. Ich würde reden, jetzt musst du hier im Licht stehen. Oh, oh, oh. Du bist so ein komisches Schwer. Alles klar, Gebiet sichern. Was weiß ich. Steht hier irgendwas? Ne, wo ich stehe. Aber ich merke schon, du hast ja ein bisschen Erfahrung mit Destiny. Ja, ein bisschen. Ich habe es ja dadurch, dass ich eins schon gespielt habe. Es fällt mir das natürlich ein bisschen einfacher, so manche Sachen hier zu verdeuten. Ja. Aber es ist trotzdem auch wieder ganz anders. Komm mit. Der Bereich ist sauber. Nicht lange. Die Gefallenen mögen es nicht, wenn man ihnen eine Gelegenheit zum Plündern nimmt. Ich rechne mit einem weiteren Angriff. Hast du was hier? Dann tut mir doch bitte noch einen Gefangenen, ihr zwei. Platziert einen weiteren dieser Knoten, um ein Signal zu verstärken. Okay, dann werden wir mehr verletzt. Ja, die sind ziemlich nervig, die Gegner. Ich habe noch einen 7 Schuss mit der Knarre, das ist nicht cool. Ich bin nicht gerade. Zwerg, weißt du doch mal, wo wir die zweite Mission angenommen haben? Die zweite Hauptmission? Äh, nee. Super. Wenn du den, äh, Geist rausholst, wird dir da irgendwas markiert zum Boot. Richtig. Der Typ. Hast du das Item eingesammelt, das er dir gegeben hat? Was er dir gegeben hat? Warum ist mir jetzt nichts los hier? So ein Scheiß. Ulti gezündet, ne? Ja, eben. Oh, jetzt ist nichts los hier. Die Schweine. Ja, da war was. Aber es kommen gleich welche hinter dir. Ja, hinter mir. Ja, jetzt ist die Ulti auch weg. Wir haben gewartet. Danke. Das tun sie immer. Ja. In jedem Spiel, egal welchem. Was tut sie mir jetzt spielt? Warten, bis man die Superfähigkeit verliert. Achso, ja. Na, äh. Boah, bin blöd. Das ist kein fieses Auge hier. Nimm mal lang. Ja, wir müssen da unten, was du gesagt hast. Das nächste Mal. Ach, das bist du. Okay, Mensch. Sag doch, wenn du anfängst zu leuchten. Ich leuchte immer in so verschiedenen Farben. Ja. Nein, nicht so. Ja. Ach, die da drüben? Das ist meine. Nicht bei schlichter. Die hat das Werk auch noch nicht gemacht. Das ist die, die ich jetzt weg. Als ich das jetzt machen muss. Na, oh Gott. Das ist mir so eine Knarre für ihr Ziel erstmal genau, bevor du schießt. Das ist so, wir sollen zu schweren. Äh, Automatik. Ja. Oder Skow. Ja, meine hier, weil die hat ne unheimliche Durchschlagskraft, aber dafür musst du halt auch treffen, ne? Achso. Ich arbeite sonst bei Plakten, aber ganz gerne mit Masse statt. Ja, das kenne ich. Automatik. Ich sag ja. Übrigens, hier drüben ist der Christus, wo du öffnen kannst. So, wie schaut's aus? Kommt noch was? Einer muss noch dahin. Ja, da kommen noch zwei. Oh, wie lange lädt der nach? Sehr lange. Sehr lange. Okay, nicht nachlassen. Da ist was Größeres dabei. Ich hab sogar schon Blau den geschaut. Ich hab's gemessert. Oh, Geschenke. Eine Genetikwaffe. Die Taupe löse ich wo ein? Äh, das kannst du bei diesen Schafschützen lösen. Okay. Bist du gestoppen? Wo kann ich das machen? Bei dem Schafschützen, der in der Kirche sitzt, ganz oben. Äh, da, äh, das ist so ein spezieller Typ, das ist bei jedem Planeten einen, da kannst du speziellen Loot für die Tokens einlösen, so. Okay. Welche hab ich denn jetzt bekommen? Ich hab doch ne... Nötigwaffe... Ach, da. Ah, ein Automatikgewehr hab ich jetzt bekommen. Ja, ja. Schafsch, bollst du mal neu, bitte? Uh, schick. Wenn ich darf. Kannst du doch. Unten links steht, was du drücken musst. So. Äh, wollen wir, äh, dann... Ach ne, ach ne, dann bleiben wir jetzt in zwei Zweiergruppen wahrscheinlich, oder? Also, Skev könnte nach der Mission hier mit euch spielen, Theodor. Okay. Aber wir müssen nur kurz beenden. Dann, dann warten wir, ne, oder? Äh, warte mal. Wenn die sterben. Pass auf. Ich hab ne Idee. Ja. Ja. Ähm. Ähm. Und zwar... Haben wir hier irgendwo ne Mission. Warte mal. Wir sind hier... Ach so, hier unten ist nix, ne? Ähm. Warte mal, doch. Warte mal, was haben wir hier? Ne, links aber, äh, öffentliches Event steht, äh, bevor. In 3 Minuten 39. Könnt man da... Genau. Das meine ich, ne? Okay. Klingen wir an und, äh... Da komm ich denn da hin? Verfolgen. 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 Ja. Einmal verfolgen anklicken, bis es leuchtet und dann... Ich bin schon vorgelaufen, du kannst mir auch einfach hinterher. Ach, wir müssen zu Fuß? Naja. Ne, jetzt ernsthaft? Ja. Oh. Ich könnte ja... Kann man nicht hinporten? Ach, da... Das ist der... Die Wunderwerke des Open Worlds. Ist das ein Walking Simulator hier oder was? Wie zu laufen? Du gehst zu Fuß, das ist doch viel schöner. Kannst du die Stadt angucken, wie es so aussieht. Ja gut, das ist natürlich in der... Kann man die Waffe wegstecken, rennt man dann schneller? Weiß das jemand? Äh, weil du musst dich entschleunigen. Das ist das... Weißt das, das ist ne Entschleunigungsmaßnahme. In der hektischen Welt hier. Ich warte mal auf Welt. Das hab ich am Anfang schon gesagt. Laufen ist gesund, wird hier geschrieben, ja. Laufen ist doch gesund. Laufen ist doch gesund. Also ich sag mal, ich hab ja gar nichts gegen Laufen, aber es ist schon demütigend, dass da jetzt ein Zwerg auf mich wartet, weil ich mit meinem langweinig in der Erbbombe. Hihihihihi. Das hat schon was. Das hat schon was. So, da rüber müssen wir. Ciao, Panakotta. Panakotta, mach's gut. Da bin ich jetzt aber echt überrascht, dass wir hier laufen, finde ich ja lustig. Ja, es kommt immer drauf an, ne. Äh, der eigene Weile. Geh zurück. Kriegen wir das beide, wenn ihr da was fallen lässt, oder müssen wir uns drum streiten? Äh, das ist quasi der eigene Loot. Hm? Also Loot ist instanziert, ja, quasi? Ne, der kriegt ne eigene, es gibt keine, oder den man kann... Äh, ja, ja, ja. Alles ist gut. Nein. Knallen wir die ab hier alle, und da wollen wir die ignorieren. Ich würde die im, im fliegenden Lauf, also wenn einer dir zu nahe kommt, würde ich ihn abknallen, aber ansonsten würde ich da rüber laufen. Nein. Also nur, wenn die einer im Weg steht, und dich, äh, bereuen wir das an, krieg ich dann irgendwie eigentlich in Punkte, wenn ich ja irgendwie hier einfach so im Laufen was abknalle, ne? Ne, du kriegst ja sowieso so Glimmer. Ja, ja. Glimmer, ja. Glimmer, ja. Glimmer, ja. Glimmer, ja. Glimmer kannst du aber auch anders kriegen. Glimmer, ja. Ja, das ist aber mal ein bisschen angemacht. Ich glaub nicht selber gleich. Warum stirbst du denn schon wieder? Weil ich ne Raketeifer habe, hallo? fasting. Na, ich hab nen Granate. Ja, das ist alles gleich, ja. Sag mal, ich, ich find, meine ich seh mal ne Ausdaueranzeige gar nicht. Es gibt doch eine hier. Oh, oder? Äh. Nein. Ja, meine ich sprinte ja momentan ständig. Oh, hier ist die Hölle los. Und irgendwann wird er langsamer. Ja, aber dann musst du einfach weiterlaufen. Wenn's wie tut, einfach weiterlaufen, ne? Genau. So, meine Lieben. Ich bin, äh, hier. Okay. Öffentliches Event steht bevor. 30 Sekunden, well. Jep. Aua. Gib Hackengas. Schieb den Trümmer ran. Ich bin doch da. Scaf, wir müssen das jetzt schaffen, bevor wir das öffentliche Event geschafft haben, damit wir mitmachen können. So. 17, 16. Und jetzt würde ich irgendwie, äh, zoomen wir uns irgendeine schöne Position, well. So hier vielleicht irgendwo bei dem Steinchen hier. Äh. Warte mal, ja. Ich weiß, was öffentliche Event ist, ich weiß nicht. Ja, nee, von da kommen die Gegner. Gute Idee, da ist hier genau richtig. Genau. So, jetzt beginnt's. Wow, es wird richtig dunkel gerade. Ja, geil, ne? Und jetzt, pass auf, hinter uns. Welches öffentliche Event ist es, als Frage? Die Kabale bringen ein verstärktes Grabungslandeschiff rein. Let's schaffe ich jetzt, gehst du mich noch dahin. Und wir müssen auch Ressourcen schnappen. Ressourcen schnappen. Aber wo müssen wir hin? Über uns, Schammer. Was ist so uncool? Ja, kommt jetzt runter. Wer dann? Ja, was auf jetzt. Vorsicht, hinter uns. Ja, wir können, dass du nicht spawnen selber ist. Dauert extrem länger. So, und jetzt geht der Spaß los. Ich erwarte, dass eine Grabungsexpedition der Kabale... Komm da raus, oder musst du da rein? Du musst da rein. Ich höre jetzt gerne so steilen. Und jetzt geht der richtige Spaß los. Alles klar, okay. Du musst aufpassen, die sind ultra stark lieb. Oh, ja. Aua. Oh, shit. Direkt gestorben. Unlaublich. Ja, ich auch. Aber es sind sehr viele Leute hier. Ja, schaffe ich ja nicht. Empfohlen im Power 170, ja? Hörst du doch gut an. Ich weiß gar nicht, wie viele... Er hat definitiv keinen auf 170, kann ich sagen. Wir müssen ein bisschen außerhalb bleiben. Also hier volle Kanne rein ist nicht gut. Am Ramm vielleicht. Boah. Ich wollte gerade jemanden einen Doppelsprung kurz vor dem Lanz und nicht oben in der Luft. Ja, ja, alles klar. Okay. Krieg ich Malus, wenn ich mich selbst wiederbelebe? Nee, ne? Nein, das geht nicht. Das habe ich noch nie bemerkt, dass irgendwas passiert, aber wir spawnen etwas weiter vom Kampf. Unter der Ehre ist das was. Oh, nee. Warte, ich versuche zu dir zu kommen. Ah, nee, lass, 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 lass. Das hat keinen Wert. Nee, vergiss es. Hä? Das hat keinen Wert. Meinst du, wir sind zu schwach? Wir sind da voll zu schwach für. Aber nicht nur ein bisschen, sondern... Ich habe, warte mal, ich habe 55, äh, habe ich an Licht. Ja. Oder Power oder wie das jetzt hier heißt. Licht. Ja. Heißt das? Es gibt Licht, Ehre und... Ich mache auch nicht wirklich viel Schaden auf dir, Gegner. Nee, gar nicht. Die haben auch alle so ein Totenkopf-Symbol, muss ich sagen. Die haben auch alle so ein Totenkopf-Symbol, die ganzen Gegner. Ja, ich weiß, das hat keinen Wert. Boah. Ja, und dann gucken... Nicht? Ich fand den Typ doch gut, Ela. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.